Mein Name ist Milan und ich studiere Rural Development Innovations an der Vanhal-Larenstein-Hochschule. Zunächst wollte ich im Ausland studieren, da hat sich Holland ganz gut angeboten. Und dann habe ich überlegt, was ich Sinnvolles mit meinem Leben anstellen könnte und wie ich meine Erfahrungen aus dem Theaterbereich mit in einen Entwicklungskontext bringen kann. Was wir machen könnte man als soziale Art...